So, da sind wir wieder, ne, mit uns die Cassandra und wir machen ein Kopfgeld heute und vielleicht machen wir noch ein bisschen Hauptstory, weiß noch nicht, wie sehr mir das Spiel noch ablenkt. Schauen wir mal. So, na, Cassandra, da sind wir mit, cash and the dash. Fünf Drachmann haben wir schon wieder verdient, für nichts, ne? Das ist ja super. Na, da ist das Ziel, ne? Schauen wir mal. Was ist denn hier eigentlich? Hallo? Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Werden, Wieden, Woden, warte mal. Icarus? Ist hier Feindsgebiet oder so? Schaut so aus, ne? Äh, Fußfork. Da. Äh, wir müssen ja dort lang. Ich glaube, das ist noch weit hin. Na ja, ach so, ich sehe gerade, da unten ist noch ein, die Dings, ne? Äh, ein Kopfgeld, der Jäger auf uns aufs Gesetz, ne? Müssen wir auch noch killen oder, weiß nicht, bekehren oder so, keine Ahnung, ne? Schauen wir mal. Zum Gaul. Wo ist er? Die Ella? Ella? Corpus, Bewegung! Corpus? Wie heißt er jetzt? Ho, 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 ho. Ella. Ella, von Sinu. So. Ganz ruhig. Komm schon. Ich komm schon. So. Ein Geschenk, ein Gaul, schaut mal ins Maul, ne? Weiß halt, dass da ist, ne? So, jetzt weg. Icarböcke und Kirsche und weiß ich nicht was, ne? Der Klotz hier fix noch mal. So. Komm schon. Bitte? Linge, linge, linge. Na, der ist abgelenkt, das passt sehr gut. Hey, nicht schupfen. Huah! Huah! Was ist mit dir, Hundi? Aus! Sitz! Platz! Wo ist denn der eine Bogenschütze? Der nervt mir eigentlich. Die Wölfe sind mir egal, ne? Hallo? Oh, da. Es wird einfach! Ja. Einfach, einfach. Los! Ja, bist du deppert? Haben wir den jetzt zerstört, oder? Haben wir den zerstört? So. Ah, da ist nachher, ne? So. So. Wo ist denn? Ich hätte den Brief. Ja. Na, komm her! Was soll ich da rumschießen? So. Ah, kakselt da noch. Oh, zack, bumm, Alter. So. Ob es denn hier da, wo dann mal ich herausstarten? So. Na, schadensam, oder? Hm? Ne Geißel haben wir? Okay. Na, 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 na. Uhu. Ahaha. Grüß dich. Was ist gekriegt? Ach. Lauf. So. Das ist schon mal gut angefangen, oder? Was will der? Geh weg von mir. So. Jetzt schauen wir nochmal Quest-mäßig, was wir da haben. Quest. Da ist der Best. Wo ist sie? Aha, das wäre da in der Nähe gleich. Stufe 17 sind wir schon. Nebenquist. Hopp. Hopp. Haben wir da. Nebenquist. Wie viel Kilometer ist das weg? Boah. Schiefe zerstören, Schiefe zerstören, Schiefe zerstören. Schützen. Wir müssen nach Athen suchen. Die Kiln. Also machen wir ein bisschen Story. Komm. Wenn wir schon denn hier sind. Was ist denn das für einer überhaupt? Das ist ja so ein Athener, gell? Okay. Ein bisschen Fell. Gibt es eigentlich Dings? Ah, okay. Selten. Wo sind wir? Siebener Stufe sind wir schon. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, go. Oh, ne? Achso, das ist ja vom Schiff. Genau, ja. Ich weiß schon wieder. So. Ui. Ui. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie der Finster. Sehr nice. Schaut ihm so cool aus. Kassandra ist gestolpert. So. Hm. So. Nee. Hm. So. So. Eclipse. Bling. Und entdeckte Anführung. Wie wo? Was? Ich sehe einen Anführer. Ich sehe gerade keinen. Da. Schauen wir mal mit den Orten. Und hüten. Nein. Fertig kann man nicht rufen. Schade. Wer heult denn hier? Heult du? Nee. Ah, du? Hüten! Hüten! Ja, genau. Genau. Hüten! Aha. Ach, erinnert mich doch. Der ist ja irgendwo, ne? Und was geht mit euch? Guck mal, ich pfeil. Hä? Bist du jetzt wieder happy schon? Hat's aufgehört zum weinen, ne? Hier. Herumlummen ist da nicht, ne? Piss dich. Da. Was hast du gesagt? Was ist mit den Kindern, Hüten? Darf ich? Ach, die. Was macht sie denn? Ah. Ein dummes Gehör. Nein, ist ja witzig, ne? So. Also du machst die Partymusik, hm? Okay. Okay. So. Habt ihr rausgeruht? Okay. Reden. Und? Hast du deinen Vater ermordet? Stief. Vater. Die Götter werden dich wohl nicht so hart verurteilen für einen Stiefvatermord. Nikolaus hat mich aufgezogen, ausgebildet. Er war mein Vater, auch wenn er mich umbringen wollte. Macht es das jetzt besser oder schlimmer? Egal. Deine Familie ist nicht die einzige, die kompliziert ist. So ist es. Gümmerich und mein eigenes Kram, sagte Kassandra und kassiert deine Ohrfeige. Batsch. Ne, mach mal so. Danke, Barnabas. Barnabas. Ich kann mich glücklich schätzen, dich zu haben. Barnabas. Ich bin gern für dich da. Kann ich sonst etwas für dich tun? Meine Martha zu finden. Meine Martha. Sie lebt, Barnabas. Zumindest hat Nikolaus das geglaubt. Das sind gute Nachrichten. Gesegnet sei Hera. Was nun? Welchen Kurs soll ich anpeilen? Zuerst müssen wir nach Phocis. El Penor wollte mich dort treffen. Er schuldet mir Geld und eine Erklärung. Also gut, Kassandra. Aber lass uns gleich um die Weisheit der Pythia bitten, wenn wir da sind. Wenn jemand Antworten für dich bereithält, dann das Orakel von Delphi. Ja, wer hätte sie? Ein Spruch des Orakels hat meine Familie zerstört. Die Pythia verfügt über Apollons Weisheit. Aber ich gebe zu, wenn man ihre Worte ignoriert, kann das katastrophale Folgen haben. Hätten wir die Pythia ignoriert, wäre mein Bruder noch am Leben und unsere Mutter zu Hause in Sicherheit. Hm. Zurück zum Wesentlichen. Du weißt, wo du El Penor treffen sollst, richtig? Nö. Er lebt bei der Anlegestelle der Pilger. Aber Nicolaus letzte Worte waren eine Warnung vor Schlangen im Gras. Klingt, als solltest du dich gut vorbereiten. El Penor sollte sich gut vorbereiten. Wir treffen uns bei Apollons Tempel in Delphi, wenn die Schlangen erledigt sind. Oh, Kassandra. Wegen der ganzen Aufregung hätte ich es fast vergessen. Deinem Zuhause sind schreckliche Dinge widerfahren. Die alten Hütte? Die hielt doch eh kaum einer Brise stand. Ich meinte Kephalenia. Eine Krankheit sucht die Insel heim. Man sagt, sie kam aus Kaosos und es gebe kein Heilmittel. Viele sind schon gestorben. Malakka. Der Priester hatte recht. Ein Wort von dir und wir drehen um. Und segeln nach Kephalenia, wenn du willst. Danke, Barnabas. Ich denke darüber nach. Los jetzt. El Penor wird eine Menge erklären müssen. Was ist das? Wurden dein Konto gut geschrieben? Warum? Warum kriegen ich Credits? Keine Ahnung. Bereit zum Aufbruch! So. Gibt es da irgendwas? Hä? Sollen wir zurückreisen? Sollen wir uns den Dings anschauen? Unsere Fehlentscheider? Ja. Ah, hier, da müssen wir was aufgeben. Mhm. Okay. So, meine Leute. So, los geht's. Ich seh' das ganz genau. Fahrt, Steuerbord. Fahrt, Steuerbord. Ich hab's gesehen. So. Polines, Pecines. Und da, irgendwie. So. Okay, da vorne sind schon ein paar Feinde oder so. Da können wir uns dann vorknöpfen. Die werden ja alle sterben, ne? Bei unserer Heimat. Sehr nice. Die müssen wir jetzt mal auf dem Gut spielen, ne? So. Ja. Okay. Bei den Rammern da. Rammer, Rammer. So, ne. Nichts segeln. Segel hoch. Los. Los, los. Allmann aus Brusten. Wir haben sie. Kein Treffer. Wir müssen uns nicht flackieren. Vorsicht. So, das ist ein spartender Arme, glaube ich. Oh, yeah. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wee, wee. Ja, grüß Gott. Ich bin die Kassandra. Lass mal ran da. Ich bin die Kassandra. Ich bin die Kassandra. So, haben wir's. Okay. Sehr gut. Weitermachen. Also, das ist runtergeflogen, der Totl. So, der Tepschick. So, Cassandra, hu hu. Warte mal, vielleicht kann man das Schiff aufbessern. Warte mal, warte mal. Mal cashen in der Tasche, ne? Speere, ne? Pfähle, auch nicht. Speere, auch nicht. Rudeln können wir auch nicht, schade. So. Und? Wir suchen uns unser nächster Opfer. Burns. Schub, oder? Wie geht denn das Schiff? So, Rammgeschwindigkeit. Oh, kein Zweifel. Das war sicherlich der Letzte. Der Pasteria wird sie alle überstehen. Warte mal, haben wir jetzt ein Quest-mäßig irgendwas gemacht da? Warte mal. Brrrtotototototototot. Eins, zwei, drei. Da. Genau. Der Kapitän ist nicht mehr am Steuer. Doch, doch. Speere werfen! Bodenschütze! Vor! Noch ein Tor. Und Schub. Volle Geschwindigkeit! Reißen! Oh nein! Burns ein bisschen. Burns! Oh yeah! Und jetzt geht's los. Manolo! Flinkt wie ein Wiesel. Ah, okay. Ich bin schon bei der Hertha der Gegner. Ich werde ein Schild, Alter. Ich seh' nichts. Ist unfair. Wo ist denn da mehr? Ist das bei uns drüben? Was macht der da drüben? Ist das irre? Eieieiei. Will ich unser Schiff entern, ne? Ja sicher, Meister. Immer schön bergen. So, warte mal. Okay, da drüben sind genug Schiffe. Da vorne ist auch was cool. Cash in the Tash. So. Wo ist denn da noch was? Okay. Wirscht. 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 So. Mach fünf, Alter. Oh, volle Bulle. Ja. Kämpft, wenn ihr nicht. Hallo, noch ein Versuch. Schöpfe. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh yeah! Und entern! Heula! Willst du mich verorschen? Wir haben jetzt ein Gift, Heula! So! Na los! Heula! Scheiß die Wanderung! Wie! Komm mal rüber da! So! So! Mal locker! Na! Komm mal rüber! So! Rücksuchen! Das läuft wie ein Schnürchen, ne? Brauchen wir gar nicht uns die Finger dreckig machen? Das machen unsere Kameraden! Sehr nass! Santer! Santer! Wie! So! Da! Herr Icarus, wie schaut's denn aus? Im Schneckenhaus! Sieht ziemlich ruhig aus! Okay! Wir sind da an Bord! Ah! Vielleicht haben wir jetzt ja genug Holz! Können wir unser Schiff verbessern! Oh! Oh yeah! So! Feuer! Das könnten wir machen auch! Speere verbessern! Speerwürfe! Was ist denn jetzt der Unterschied? Hm! Rumpf! Den müssen wir mal schauen! Auf legendär bringen oder so! Verteidigung! Speerschaden! Speerschaden! Pfeilschaden! Aha! Machen wir das! So! Wetten wir in die Stufe! Kapitän hat die Steuer verlassen! Macht mal Pause! Wie? Pause! Nix da! Los geht's! Offene Gewässer! Segel! Segel! Hey, Vicky! Hey! Zieht jetzt das Segel an! Nanananananananananananana! Dicke, Vicky! Warte mal! Drüben ist auch aus dem Anlegen! Wo sind die ganzen Schiffe jetzt so? Ist das so ein Kriegsschiff? Nein, oder? Ready to rumble! So! Okay! Sieh nur! Sieh nur! Rammgeschwindigkeit! Sieh nur! Nö, nö! Was machen wir? Wieder nehmen! So! Jetzt wird geblündert! Aufrein, Kommando! Sehr geil! Ich stehe drauf! Wie hot! Wie hot! Wie hot! Wie bringst du die Kassandra? Nö! Wie ist er runtergeflungen? vergiftet wird jetzt komm herr geschnetzeltes kollege bratwurst es ist mit ihr macht keinen stress und tschüss ich hab schon mehr drauf du bist die baden gegangen natürlich war der wachst firma tankt so jetzt schauen wir mal mit den hänikarus da hinten sind vielleicht welche nein ich weiß nicht okay brutality kring leider 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 So, Segel setzen. Los geht's. Was ist denn das da? Wo? Treib gut. Da. Was wollen die noch? Wollen die Stress da vorne? Ich glaube, die wollen Stress, ne? Ja, ja, die wollen Stress. Höhe nun bereit! Mein Poseidon! Schieb! Weck sie in den Rast! Wir haben die Waffen mit, bitte! Heide! Wehre! Verrackt! Oh, die Tempegasse, oder? Was ist da? Was ist denn da? Das Schiff, folgen mir! Was ist denn das Schiff, folgen mir! Vakonische Schiffe, okay. So, komm her dran! Oh, der ist schon Bahn gegangen. Sehr nice. Tschüss! Alter, stirbst du! Alter! Durchsuchen, machen wir mal die Bude. Dankeschön. Wir sind die Sieger. So. Oh, tschüss. So, Leute. Wie schaut's denn aus? Haben wir jetzt was zum Upgraden? Können wir jetzt was machen? Na, na, na. Schaut. Mein Gott. Es geht's ihnen nicht aus. Hm. Cash in the Dash. Oh, man. Sturm. Ist kein Sturm. Okay. Ich kann los. Okay. Oh, und du, Booster, Entschuldigung. Wir haben Höchstgeschwindigkeit! Oh yeah! Keine Schiffe in Sicht. Das ist so widerlich. Schade, schade, schade. Olé, olé! Olé! High Speed! So! Udara! Und tschüss! Feier frei! Tschüss, Alter! Keu Aufdruck! Anlegen! Feier frei! Das wird jetzt eine schöne Stadtbesichtigung, wenn alle draufgehen. Heiho, Vicky! So! Wie schaut's denn da aus, Alter? So! Tut's mir gefallen, tut's ein bisschen zusammenrammen da, ne? So! Herr Schmied! Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Hmmm... Und zwar... Cache and Dash! Würde ich gerne machen. Sechzehn Fogel, Scheiss drauf! So! Hmhm... Hmhm... So! Verbessern... Wir haben unseren Speer, müssen wir verbessern. Hm... Das Speert... Weiß ich nicht mehr... Das ist nur ein Speer. Ach, verdammt! Verdammt! Olé! Kann man kaufen? Kann man was kaufen? Olé! Ja! Braucht's euch? Ja, das geht! So! Ver... 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 Was? 300... Ist natürlich scheiße! Okay! Aber Holz kriegen wir zusammen, wenn wir mal verbessern... Nein, warte! Kaufen! Holz kaufen! Hat der Holz im Angebot? Ja, warte! So! Ja, warte mal! Wir brauchen gleich die Scheiße noch! So! Okay! Verbessern! Okay! Das brauchen wir! Da brauchen wir allerdings nicht so ne Zeug! Okay! Klappt! Handschuhe müssen wir auch noch verbessern! Ja komm! Hilft nix, ne? So! Okay! Schön dich zu sehen! Ja! Geht so, ne? Hm! Mal zur Tafel! Was ist denn da? Quest! Na 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 na! Na 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 na! Na 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 na! Geh weg! Geh weg, Alter! Warte mal! Wo ist denn die... Können wir mit keinem reden mehr? Oder so da hier? Hm! Nö! Schaut nicht so aus, ne? Haben wir alles abgekrast, ne? Einen Geist befragen? Wie? Was? Eine Odyssee? Hm? Wird es zwei Hauptquests oder wie? Okay! Wozu wissen? Was ist denn da für Bude? So! Was ist denn da für Bude? Warte! Hier wird alles sterben! Hm! So! Wo ist denn mein Schiff da? So! Schiffchen! Schiffchen! Müssen auf das Schiffchen! Und dann fahren wir zu, zu Dings, ne? Quest abgeben! So! Ach nö! Ja, Gott sei Dank! Ich wollte nicht schwimmen, nicht so! Unbedingt! Hoppala! Tschuldige, Jungs! Tschuldige! Ablegen! Kapitän am Steuer! Ungeheuer! Warte mal! Einen Kurs brauchen wir auch, ne? Hier bitte hin! Magie umsetzen kann man nicht, nein! So! Automatisch! Rüberfahren! Geht leider nicht, wahrscheinlich! So! Tschüss! Ich muss mich zurück in der Welt! Warteschraben! Warteschraben! Ich muss nach einer Ältere?! Das im Tempfchen! Ja! Ich muss nach einer Ältere! Das ist ein Tempo! Wo? Wo ist das? Das ist das ist! Ja! Alles ist das ist! Hier! Was ist das? Ah, weh. Warte mal. Links, rechts sind welche vor uns? Warte mal, können wir den mitnehmen? Schauen wir mal, dass wir den noch verlaschen können. Ah, guck. Ah, guck. Verreilt euch! Nicht in Feuer vorbei! Verlassen wir schnell, wir fernern, Kapitän! Entschluss! Nichts getracht! Und nerf! Warte, bist du mir leid denn? Wogen schütteln? Wir sind bereit! Wacht schneller! Eintang! Wir haben jetzt das Schiff auf meinen Seiten! Kommt sie mal zurück da, ne? Komm mal ran da. Wir machen das professionell jetzt, ne? Mit Bogenschützenattacken, so. Warte mal. Warte mal. Ich will dann sowas gelernt, ne? Machen wir mal, so. Okay. Okay, das war ich im Arsch, ne? Also, geht schon, okay. Das ist jetzt super, Leute! Das Schatz ist unser, ne? Ja! Juuu! Wuuu! Fektor! Kapitän, Sie versuchen uns zu rammen! Wer? Oh, wer? Alter, seid ihr gedeppert, Oida? Ihr wollt schon zu rammen, Oder? Ihr wollt schon zu rammen, Oida? Was ist mit euch? ich zeige mal wie das rammern geht mit einem nuss schalte die strächer man hat keine rummeldung Ah, Cache und der Däsch. Ah, die wollen uns rammeln. Tschüss. Und los geht's, ne? Geh mal so lang. Bleib mal da schauen, vielleicht geht was, ne? Los, entern! Uiih, da geht's ab. Und tschüss. Habt ihr's? Easy peasy. Danke. Juhu. Plünderparty. Ihr seid die besten, Jungs. Ihr seid die besten, Alter. So. Ah, jetzt gehen wir nach Plündern, da. Ja, finde ich auch. Da guck mal. Warum? Warte mal. Katscheklo, Katscheklo, das macht die Kassandra froh. Und wir fliegen weiter. Was ist voraus? Seemonster? Ja, Rahmgeschwindigkeit, bitte. Yeah, yeah. Uhu. Da, la, la. Da ist was. Oh. Käse. Warte mal. Schaut nach Spatiana aus, gell? Macht die Ruder bereit. Vorher. Spatiana. So. Haltet das Tempo. Kaboom. Ja, bereit. Macht's auf. Wir seien es. Verreitet euch am Feind. Ja. Mal anker. Die wollen uns kommen. Das andere ist am Start, Alter! So, komm her! Das sind jetzt wieder Spartaner, so, das sind jetzt ein bisschen härter, aber macht nix, ne? Das andere ist ein He-Man, äh, She-Ra, so. Mal locker! Hoppala! Immer diese Spartaner-Trette, die nerven ja schon mit der Zeit, ne? Ja, sei ruhig, Meister Propa! Ja, was machst du da alleine? Mal locker! Ja, unser Schiff ist auch wieder repariert. Sehr gut! So, ne, 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 na, 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 na! So, warte mal, ich muss jetzt schauen, Quest-mäßig, warte mal, was für Schiffe haben wir da jetzt eigentlich? Vier Stifte, ja. Vier Stifte haben wir jetzt auch, ne? Eine Hirschkuh. Okay, die müssten wir noch killen. Okay, da können wir schon die. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Nein, nein. So. Gehört uns. Cash in the Tash. Da hinten ist noch eins. Warte mal. Und los geht's. Puschen. Ihr könnt so richtig singen an den Spots. Do you mind? Kass in the Tash. Hallo singt's. Kass in the Tash. Mal nakas. so ich sehe nichts und jetzt rammen wir schießen scheiß auf uns malaka 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 die schildkämpfe 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 sie sind eher fichtiger ich schlachte dich ab so sprach sie Nein, 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 nein. Dankeschön. Und die Erschnechte, Alter. 4.000 haben wir gekriegt. Sehr gut. Einen Auftrag haben wir bestanden. So. Okay. Okay, warte mal. So, da müssen wir sowieso hin. Warte mal. Diese Zeitquests, oder? Ozeanbedrohung. Dener Schiff, das sind die blauen, die müssen wir auch noch vernichten. So. So, nee, warte mal. Wir haben keine Materialien. Alter. Inventare. So, haben mich nur geklumpft. So. Okay. Okay. Ah ja. Besser als nichts, ne? Eine 16er Boots. Der, der haben wir rein. Warte mal. 13er. 11er. 11er. 14er. So. Ein bisschen Power-up, ne? So. Und das ist noch 13er. 14er, okay. Malakas. Okay. Okay. So, so, so lämpert sich das alles zusammen, ne? Okay. Oh yeah. Kom her, Leute. Kom her. Oh yeah. Max, wir sollen kampf. Kom her. Da, komm her. Wir dämpfen mal aus, alter. Die rammen wir jetzt, alter. Oh yeah. Schöne Geschwindigkeit. Einer, Alter. So. Der ist stricher. Oh. Eintern, einleiten. So. Hoppala. Alter. Was ist denn da los? Kassandra, du bist im Arsch. Ach du Scheiße. So, Kassandra, jetzt kannst du wieder rüber. Das war ein bisschen feige, die Aktion, aber wir haben es geschafft. Unsere Brüderchen, da kannst du nichts sagen. Sollten da besiegen, ich nicht, aber ja, als Team, für das Team. Komm schon. Soll ich da? So. Es gibt richtig cash und die TESCH, aber dann schauen wir mal. Okay. Dann haben wir wieder was gekriegt. So. Das kann ich nicht. Okay. Sechzehner, siehst du? Das ist schön gelaunt wieder. Ja, so. Ja, so. Ich tu, braucht man das noch. So. 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 Die Gare, weg, so. Ui, ist das nicht los. Verpisst sie euch, aber. Mann, scheiß. Oh, entern. Jetzt wird's los wieder. Ich wollte ja nicht, aber... Wer nicht hören will, muss fühlen, ne? Dann machen wir uns die Garde. Vater, Sparta. Schön rein da. Hey, hey, hey. Wo ist denn der Anführer überhaupt? Wenn wir uns umkreist, ne? Entschuldigung, wir sind die kleinen Wixer. Glauben, ich seh das nicht, ne? Oh, gib ihn. Da greifen drüber Teile im Wasser. Verfallen die Hand. Reißen wir den Spänen an. Sie schießen auf den Huber. eine lila pause ich bin mir kümmern uns später zuerst mal wieder nämlich die oder entsorgt haben wir die ernte Alter, ich komme nie mehr weiter, ne? Das ist ja richtig geil, ne? So. Immer da, immer da. Was wollen denn der immer von uns? Ey, ich weiß ihn nicht. Wir gehen entern. Schon wieder, ne? Ich komme nicht weiter, ne? Das ist ja furchtbar. So. Jetzt sind wir giftig gewesen, ne? Das andere. Wir sind richtig, das Schrecken der Meere, ne? Schon langsam. Das andere, das andere, ne? Du machst mich schwach. So. Wir brauchen Verstärkung, Ange! Ach, los! Mach doch die Pfeile auf! Was ist denn da jetzt kaputt, Alter? Ja, los doch mal! Verpisst's euch, Alter! Ich bin bereit, stopp! Das hat Geseller uns nicht getroffen! War es nicht getroffen. Ich glaube, die erwischt uns bleiben. Wir sind bereit zum Feuern! Schrecken! Heil! Hey, unsere Hand hat dich los! Geh, wein! Echt da? Wir entern die Landratten! Aber echt, hä? Bei uns brauchen sie die nicht anlegen, ne? Was ist denn? Komm, 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 ja! So. Für Sparta! Gegen Sparta, oder wie? Oder keine Ahnung. Irgendwie so, ne? Ah, der Kollege hat schon wieder ein Schild. Ja. Da, für Sparta! Ihr macht es das schon, ne? Ja, der lebt ja noch. Der ist ja ein Nervensäge. So. Ihr Spatzis. Unser Kopfgeld ist auch ziemlich riesig jetzt in der Zeit, ne? Ach du Scheiße, ey. Also, wenn das mal gut geht, ne? Wir haben jetzt echt maximal fast, ne? Boah. Wir müssen uns verpissen. Alter, verpisst sich, Alter. Wir wollen keinen Stress, Alter. Wer? Ihr kündet die Waffe! Ja, Feuer! Macht schneller! Wir versuchen uns zu waffen! Wir bringen auf am Wind! Sie schicken uns keine! Ihr könnt das Feuer halten! Auf dem der Gewässer! Der feinste Zeit auf dem... So. Und dann? Wir sind in der Endzeit-Nast-Schiff! Ach du Scheiße, da ist der Kammerjäger unterwegs. Oh, ey, 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 ey. Hoppala! Oh, wie geht es an da? Er ist ein erster Chef, oder was? Eroberungsschlacht verfügbar. So. Schauen wir noch was? Ah, da vorne. Schneller Cassandra, bevor der Spout schenkt. So. Ja, ja, warte mal. Wie ist denn das jetzt geschickt anbieten? Warte mal. Wir lassen uns jetzt in Ruhe, ne? Warte mal, wir haben fast fünf Sterne, äh, fünf Seltner jetzt auf uns. Unseren Nacken ausgesetzt. Das wird jetzt lustig, ne? Kann ich jetzt? Will nämlich das für Sparta ein, wenn man jetzt, ne? Toten Antennen. So, aber das sehen wir das nächste Mal. Wie schon gemein. Mach den Ladepilzschirm, ne, extra gewartet man auf euch, ne, und dann zack. Okay. Bis nachher. Ciao.